Heute wird es kratzig. Nicht was die Autos angeht, die sind immer noch genauso smooth wie auch sonst die Elektroautos, sondern was meine Stimme angeht, wie ihr hört, ist die gerade eher ein alter Verbrenner als ein smoothes Elektroauto. Aber für euch und für die Elektromobilität gebe ich alles. Wenn man mir aber bestimmt nicht sonderlich lange zu uhren möchte, heute etwas kürzer mit News von der IAA, Stichwort Mercedes, VW und Renault und ein paar Kratzig-Lattestationen schmeiße ich dann auch noch in den Topf. Kratzen ahoi und los geht's! Ja, herzlich willkommen bei Statistix. Hinter dieser Erkältung versteckt sich Vivienne, Matthias hat sich für diese Folge ganz versteckt. Gefunden haben wir dafür aber den Mercedes EQE. Das wird nämlich die Elektroversion der E-Klasse, die ja vor allem als Business-Limousine oder auch als Taxifahrzeug sehr beliebt ist. Das Grundkonzept entspricht laut Hersteller dem EQS, allerdings soll der EQE dann in kompakterer Form erscheinen. Wie auch beim EQS wird auch die elektrische E-Klasse dann vorerst in zwei Varianten angeboten werden. Als EQE 350 mit 215 kb, also 292 PS, sowie ein weiteres Modell, dessen genaue Leistungsdaten noch nicht bekannt sind. 660 km weit nach WLCP soll man es mit der Limousine schaffen. Die Größe des Akkus liegt bei 90 kWh netto. Es ist anzunehmen, dass auch AMG Gefallen am EQE finden wird und eine Performance-Variante bringen wird, wobei auf eine Leistung von um die 500 kW, das wären 680 PS, geschätzt wird. Vorerst werden alle EQE über einen Heckantrieb verfügen. Allrad-Versionen folgen dann später. Bei der Entwicklung war Mercedes besonders wichtig, bei den für den Akku verwendeten Materialien auf Nachhaltigkeit zu achten, da das ja eine der größten Angriffsflächen für KritikerInnen der Elektromobilität ist. Daher liegt der Kobaltanteil zum Beispiel bei unter 10%. Auch von technischer Natur her ist der EQE sehr fortschrittlich und hat viele Funktionen vom EQS übernehmen dürfen. So verfügt der EQE unter anderem über ein sehr ausgeklügeltes Rekuperationssystem, das via Schaltwippen hinter dem Lenkrad manuell angepasst werden kann, wie man es zum Beispiel von der Hyundai Ioniq-Serie kennt, oder aber in einem Automatikmodus gestellt werden kann, welcher dann anhand des Verkehrsgeschehens immer die beste und effizienteste Rekuperationsstufe wählt. Befindet sich also zum Beispiel ein anderes Fahrzeug vor dem EQE, so wird bis zum Stillstand abgebremst und das mit der maximalen Rekuperationsleistung. Auch bei der Navigation verspricht Mercedes so einiges. So soll beispielsweise die Routenplanung inklusive Einbeziehung von Ladestops möglich sein, wobei das System trotzdem dynamisch auf Änderungen, zum Beispiel durch Stau, reagieren kann. Im Infotainmentsystem MBUX wird außerdem visualisiert, wie weit man mit dem EQE von einer aktuellen Position, mit dem aktuellen Ladestand noch kommt und alle Updates für das System sollen over the air verfügbar sein. Sicherheit ist ja für Mercedes auch immer ein wichtiges Thema und im EQE soll es eine gestaltfreie Fahrgastzelle geben und spezielle Deformationsbereiche. Und obwohl ein Akkubrand bei einem Elektroauto ja generell schon extrem unwahrscheinlich ist, legt Mercedes hier noch einen drauf und platziert die Akkus in einem sehr crashgeschützten Bereich im Unterboden des EQE. Das ist möglich, weil der EQE eben auf einer eigenen Elektroplattform basiert, denn da vorne kein großer und schwerer Motorblock vorhanden ist, ergeben sich auch beim Frontalaufprall neue Möglichkeiten, um die Sicherheit der im Auto sitzenden Personen zu steigern. Der EQE soll Mitte 2022 erhältlich sein, also wird er in unserer Elektroauto-Pipeline platziert. Bei der IAA in München hat VW auch ein neues Gefährt dabei, nämlich den ID Live. Das ist eine Kleinwagenstudie, die einen Ausblick auf kommende elektrische Kleinwagen von VW geben soll. Das Modell basiert auf einer abgewandelten Version des MEB-Baukastensystems und das ist ganz spannend, denn VW hatte noch vor wenigen Wochen eigentlich gemeint, dass der vorhandene MEB nicht kleiner als für den ID.3 skalierbar wäre. Aber offenbar hat VW hier nun schon Entwicklungsarbeiten geleistet, auch wenn viele Daten noch nicht bekannt sind. Der ID Live soll aber wohl einen 57 Kilowattstunden Akku haben, welcher für 400 Kilometer WLTP-Reichweite ausreichen soll. Preislich sollen 20.000 Euro angepeilt werden. Der Marktstart soll nun bereits 2025 erfolgen, bisher war erst 2027 im Gespräch. Das Design zeigt sich insgesamt sehr zurückhaltend und reduziert. Es gibt keine Zierelemente und auch bei den Materialien wird auf nicht viel Verschiedenes gesetzt. Beim Dach könnte Textil das Stichwort sein, um einerseits ein eher offenes Raumgefühl zu vermitteln und andererseits auch, um das Gewicht zu reduzieren. Beim Interieur merkt man auch sofort, dass Digitalisierung ein wesentlicher Bestandteil vom VW ID sein soll. Das Auto soll sich zum Beispiel zum Kino oder in eine Art Gaming-Studio umfunktionieren lassen. Aber ob es das in die Serie schafft, das ist doch vielleicht ein bisschen anzweifelbar. Trotzdem wird auch in der Bedienung stark auf Displays gesetzt, wobei auch das eigene Smartphone integriert werden kann. Sowohl Innen- als auch Außenspiegel sind in der Studie mit Kameras umgesetzt. Ähnlich wie man das bereits vom Honda e-kennt, mal sehen, ob es das in die Studie schafft. Was meint ihr? Was davon wird wirklich 2025 im ID.Live zu finden sein? Schreibt eure Vermutungen gern unten in die Kommentare. Der ID.Live dürfte übrigens das erste MEB-Modell mit Frontantrieb werden und leistungstechnisch soll der ID.Live 234 PS bekommen, welche ihn in nur 6,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen lassen würden. Jetzt noch ein Blick zu Renault, denn auch wenn wir schon einmal über den elektrischen Megane berichtet haben, so ist er jetzt offiziell auf der IAA in München vorgestellt worden. Der Megane E-Tec ist 4,21 Meter lang und hat einen Radstand von 2,70 Meter. Im Cockpit findet man, wie soll es anders sein, erstmal riesige Displays. Eines davon ist waagerecht hinter dem Lenkrad angebracht für fahrrelevante Daten und ein weiteres horizontales Display befindet sich rechts davon und zeigt das Infotainment sowie die Navigation. Dank Frontantrieb gibt es allerdings keinen Frank. Da der Akku im Fahrzeugboden aber sehr flach ist, gibt es trotz nur 1,50 Meter Fahrzeughöhe ein gutes Raumgefühl. Im Kofferraum sind somit außerdem 440 Liter Laderaum vorhanden, was für diese Fahrzeuglänge schon ordentlich ist. Leistungsmäßig werden wahlweise 130 PS oder 218 PS auf die Vorderräder übertragen und es soll zwei verschiedene Akkugrößen geben, entweder 40 Kilowattstunden oder 60 Kilowattstunden. Die größte Reichweite bietet der 60 Kilowattstunden Akku in Verbindung mit dem 130 PS Motor, da wären es dann 470 Kilometer laut WLTP. Mit dem leistungsstärkeren Motor schafft man den Sprint von 0 auf 100 in nur 7,4 Sekunden und ladetechnisch sind bis zu 130 kW möglich. Das bedeutet 300 Kilometer Reichweite in nur 30 Minuten Ladezeit. Aber auch am AC-Lader geht's schnell, da der Megane E-Tech über einen 22 kW Lader verfügt, womit in 30 Minuten immerhin 50 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können. Der Bestellstart wird Anfang 2022 sein, preislich ist noch nichts bekannt, allerdings wird von etwa 40.000 Euro ausgegangen. Und wer jetzt schon Elektroauto fährt, muss ja auch laden und deswegen schauen wir uns jetzt an, welche Stationen mit mindestens 43 kW Ladeleistungen im Dachraum dazugekommen sind, die kostenlos sind. Beginnen wir mal in Deutschland. Im September 2021 zählen wir hier insgesamt 553 kostenlose Schnellladestationen, was im Vergleich zu März 2021 mehr als 75 Stationen mehr sind. Also 16% mehr kostenlose Ladestationen innerhalb von 6 Monaten. Trotzdem die Preise an den kostenpflichtigen Stationen ja derzeit ziemlich steigen. Das ist wirklich klasse. Circa die Hälfte dieser neu dazugekommenen Stationen sind bei Aldi Süd zu finden und dort gibt es dann Ladeleistungen von meist bis zu 75 kW an CCS-Anschluss, wobei auch manche High-Power-Charger mit 150 kW zu finden sind. Also haltet die Augen offen. Die andere Hälfte der kostenlosen Schnelllader wurde größtenteils von Lidl errichtet, aber auch Städte bzw. Gemeinden investieren in kostenlose Schnelllader. Nur in meiner Heimatstadt Berlin gab es im letzten halben Jahr keine neuen kostenlosen Schnelllader. Toll Berlin. Aber immerhin haben wir ja schon ziemlich viele. Gerade nochmal gut gegangen. Berlin? Gucken wir lieber nach Österreich oder schauen wir doch lieber nach Österreich? Hier gibt es insgesamt aktuell 67 kostenlose Schnelllader, auch größtenteils von Lidl, wobei seit März 9 hinzugekommen sind. 5 davon befinden sich im Bundesland Salzburg, 2 in Oberösterreich und je einen in Kärnten und in der Steiermark. Und jetzt noch kurz in die Schweiz, wo es ganze 57 kostenlose Schnelllader gibt, auch wenn es hier nur zwei neue seit März 2021 gibt. Diese etwas langsame Entwicklung tut uns leid für alle, die in der schon im Vorhinein teuren Schweiz leben. Aber bei der derzeitigen Preisentwicklung kann man froh um jeden einzelnen kostenlosen Schnelllader sein. Eine Übersicht über alle verfügbaren kostenlosen Schnelllader gibt es auch auf unserem Blog. Schaut doch mal rein. Die Seite verlinke ich euch hier oben. Ja, das war's von der kratzigen Seite des Lebens. Wer mich auch mal gesund hören möchte, der sollte am besten unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das geht hier unten, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Vielleicht habe ich dann auch bald nicht nur meine Stimme, sondern auch Matthias wiedergefunden. Und bis es dann soweit ist, könnt ihr ja noch ein Like oder einen Kommentar als Motivation da lassen. Also, schaltet ein beim nächsten Mal, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Tschüss! Tschüss!